Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Thumbcraft Tutorial. Und zwar, ihr seht hier noch die beiden Kisten, die wir vor letztem Mal hier oben stehen hatten. Und ja, wir wollten ja jetzt hier, also wir haben diese beiden Cores letztes Mal gemacht, und jetzt einen dieser neuen drei Cores machen. Und ich habe mich erstmal für den Sorting Core entschieden, den in der Mitte. Und zwar, wie der Name schon sagt, es geht darum, dass der Golem sortieren kann. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache, weil ich es sehr gerne mag, wenn meine Sachen sortiert sind. Wie man hier auch in den meisten meiner Kisten zumindest sehen kann. Genau, ja, also wieder einfach draufklicken und so. Und Rezept ist ein bisschen aufwendiger als normalerweise. Also einmal Arcane Infusion. Und ja, machen wir einfach direkt mal, was es denn so tut. Und zwar kann es, also kann ein Golem mit einem Sorting Core aus dem Home Inventory, also der Chest, auf der er am Anfang draufsteht, kann er Dinge rausnehmen und die in andere Chests reintun. Aber nur, wenn in dieser anderen Chest schon irgendetwas von diesem Item vorhanden ist. Zeige ich euch dann später, wie das effektiv dann aussieht. Ist ganz praktisch, wenn man zum Beispiel eine Turtle hat oder so, die einem Sachen abbaut. Und die dann halt eben wild in ihre Ausgangskiste reinschmeißt. Und man da einen Golem draufstellt, der dann eben alles, was die Turtle gemeint hat, in weitere Kisten einsortiert. Finde ich persönlich zumindest ziemlich cool. Ja, ich würde sagen, das probieren wir dann direkt mal aus. Dafür brauche ich wieder die Cores hier. Dann brauche ich ein... Ähm... Ein Zombie Brain brauche ich. Das da. Obwohl ich nehme direkt mal zwei mit, für den Fall, dass irgendwas schiefläuft. Ähm... Papier, glaube ich. Eins, zwei, drei. Was noch? Wahrscheinlich einen leeren Core. Oh. Ups. Ähm... Zombie Brain... Ich brauche noch nicht mal einen leeren Core, sondern einen Redstone-Dingenskirchen. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wie man einen Redstone-Dingenskirchen baut. Ähm... Ich glaube, dafür brauchte ich Redstone-Fackeln. Ähm... Eins, zwei, drei. Und dann... So was. Und ich glaube, kein Cobblestone, sondern einen normalen Stein. Falls ich davon noch welchen habe. Habe ich überhaupt noch irgendetwas an Stein? Eigentlich müsste das dann ja weder hier drin sein. Gucke ich mal unten. Dass man das hier müsste... Ja, okay. Ähm... Ich habe keine Kohle. Hm. Habe ich hier noch Stein? Nein. Hallo? Nein. Doch nicht. Hm. Dann gucken wir mal. Gucken wir mal, ob ich hier irgendwo noch Kohle rumliegen habe, damit ich das Zeug einschnitzen kann. Äh... Natürlich habe ich da auch nichts. Aber hier ist ein bisschen was. Dann... Dann tue ich mal meine Sand wieder weg. So. Ähm... Ja, ich glaube, ich brauch da eh nur drei oder so. Mache ich schon mal die Fackeln. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und dann müsste das eigentlich so aussehen. Und unten dann den Stone hin. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht vollkommen falsch. Hm. Ja, doch. Das war doch das. Und dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen verschiedene Essenzen. Weiß ich jetzt natürlich auch nicht, ob ich genügend habe. Hm. Wir brauchen... Davon haben wir genug. Dann, was brauchen wir noch? Vakus, Permutation, Lucum. Und Lucum haben wir, glaube ich, genug. Nein, haben wir sogar nicht. Und Permutation, wo ist die? Lup, 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 lup. Da, davon haben wir auch nicht genug. Unglaublich, da müssen wir ja alles neu machen. Ähm, ja, Vakus ist einfach. Da können wir eigentlich hier direkt ein bisschen verschwenden. Genau. Das müsste eigentlich schon reichen, ne? Wie haben wir hier? Sechs. Ja, haben wir zwei mehr. Ähm, das müsste dann auf jeden Fall passen. Dafür könnten wir zum Beispiel Barley Seeds benutzen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich da noch welche von habe. Hm. Hm. Was könnte man da noch für nehmen? Da. Quicksilver. Hm. Ich glaube, die Seeds sind, glaube ich, sogar das Beste. Falls ich noch gelüht habe. Ich habe Cotton Seeds. Das bindet uns jetzt aber nicht so viel weiter. Hm. Hm. Habe ich, wie viel Quicksilver habe ich? Oh. Ja, okay. Dann können wir auch das nehmen. Verbrennen wir einfach mal beides. Und dann gucken wir mal. Und was war das letzte? Das letzte war Lyukum, ne? Ja. Ich muss erstmal mein Inventar wieder ausleeren gehen. Ich glaube, dann lege ich erstmal meine Mana-Bien hier weg. Lyukum. Ich glaube, das müsste eigentlich mit Golden Nuggets ganz gut gehen. Obwohl, wir könnten hier sowas nehmen, oder? Ja. Wir geben uns nämlich ausschließlich Lyukum. Das ist natürlich auch ganz gut. Brauchen wir nämlich nichts anderes. Äh. Keine anderen Gläser irgendwie zu überfüllen oder sonst was. Ähm. Herbal, das ist da unten. Und ja, Fleisch ist auch schon. Haben wir mehr als genug. Und nicht eine. Ach, verdammt. Ich dachte, wir hätten so eine Voyager dafür. Ja, warten wir erstmal, bis Lyukum fertig ist. Und dann... Wie kommt da raus? Oh, da wäre ja auch Permutation. Ach, ja, wir machen das wegen. Ja, okay. Ich bin verwirrt. Ja. Ähm. Genau. So viel brauchen wir nicht. So. Lyukum ist da. Und so. Hm. Gift brauchen wir nicht. Ah, habe ich jetzt noch kein Gift. Glas. Hm. Das ist natürlich doof. Unpraktisch. Haben wir denn... Oder ist doch... Nee, das ist auch was anderes. Terra-Sensus-Potenzial. Ja, und wir haben kein Glas mehr. Hm. Doof. Hm. Nein, wir haben wirklich kein Glas mehr. Dann fürchte ich, werde ich neues Glas erstellen müssen. Beziehungsweise... Ha. Ich habe noch eins. Haha. Haha. Ein einziges. Ja, okay. Da muss ich... Darf ich nicht vergessen, bevor ich die nächste Folge mache. Muss ich Gläser erstellen. Okay. Aber jetzt kommt da Permutation raus. Und das können wir dann direkt mal abfangen. Genau. Das reicht schon. Und dann gehe ich mal hier runter. Autsch. Und das. Und das. Und das. Und das. Das kann, glaube ich, in die Mitte. Einmal den. Papier. Und die beiden. Guck das. Einmal Papier. Ha. Komm. Vielleicht nicht. Und einmal, genau, den letzten Korb. Sieht doch an sich ganz gut aus. Ich gucke noch mal ins Rezept. Ähm. Das ist das falsche Rezept. Ja, 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 ja. Sieht gut aus. Und dann. Ein Zauberstäbchen. Und. Luft anhalten. Aber ich hoffe, er macht nicht schon wieder irgendwelchen Scheiß. Aber. Sieht. Okay. Weh aus. Irgendwie kriege ich es gerade da. Ja, ja, ja. Aber immerhin war auch die. Schwierigkeit auf meiner. Oder die Gefährlichkeit. Von daher. Sollte man hoffen können, dass da nichts passiert. Und ja. Sehr gut. Ich habe immer Panik hier bei. Bei der Infusion. Kann so viel schief gehen. Und das ist dann immer sehr, sehr ärgerlich. Okay. Ähm. Ja. Ich würde sagen. Wie machen wir das denn jetzt? Was ist hier denn so drin? Da sind sogar noch Sachen drin. Dazu keine Sachen drin. Dann stelle ich ihn mal hier drauf. Und gebe ihm diesen Core. Und genau. Gucken wir uns erst mal an, wie der hier aussieht. Ja. Genau. Also, ähm, ja, man kann ihm halt eben keine besonderen Items sagen, weil er halt eben aus den ganzen Inventories, die wir ihm jetzt geben werden, ähm, halt eben einfach nur die Sachen nimmt, die eben in seinem eigenen Inventory, so in seiner Heimat-Chest quasi, auch schon drin sind. Und das bedeutet, wenn wir ihm jetzt sagen, also wenn wir jetzt hingehen und wir nehmen hier raus einmal das und einmal das und einmal das und das und tun das in diese Chest. Und müsste er rein theoretisch, wenn wir ihm jetzt sagen, obwohl nehmen wir auch noch was aus der anderen Chest hier. So. Damit man auch sieht, dass er das mit mehreren Chests machen kann. Wenn wir ihm jetzt sagen, nimm das da und nimm das da. Warte, was ist überhaupt? So. So. Da. Und da. Genau, jetzt müsste ich eigentlich diese beiden Chests da verbunden haben mit ihm. Hm. Rein theoretisch. Ach, ja, ich hab's falsch rum gemacht. Entschuldigung. Ähm, aber so rum sieht man's eigentlich auch ganz gut. Und zwar, genau, er nimmt, er tut es nicht in seine Home-Inventory rein, sondern er nimmt es aus seiner Home-Inventory und tut es in die anderen Chests. So. Ähm, genau, das hatte ich gerade verwechselt. Aber ja, er hat jetzt, wie man sieht, hier die Slime-Boss wieder zurückgetan in die Chest. So, auch wenn man es nicht gerade wundert, warum er die hier nicht dazu tut. Und wo ist das da rein? Vielleicht beide Seiten? Ja, okay. Er nimmt das anscheinend wirklich, also die... Er sieht bei einer Doppel-Chest anscheinend die beiden einzelnen Kisten als Extrakisten an. Dementsprechend, die Sachen aus der unteren Hälfte sind dann eben in der einen Kiste und die aus der oberen in der anderen. Aber naja, kommt im Endeffekt aufs selbe hinaus. Also, unser Golem läuft jetzt durch die Gegend und sortiert die Sachen wieder zurück ein. Genau. Ja, wie gesagt, ähm, ganz praktische Sache, wenn man eben, äh, eine Chest zum Beispiel hat, die eben von irgendeinem Buddel-Golem oder was auch immer man gerade hat, irgendeine Maschine, ähm, gefüllt wird, dass dann eben ein kleiner Golem rumgeht. Und die einzelnen Sachen dann in die entsprechenden Kisten tut, wo sie halt hingehören. Ja, das ist eigentlich so das, was ich euch zeigen wollte. Ähm, ist jetzt nicht mega spektakulär, aber ich find's eigentlich ziemlich praktisch. Ähm, ja. Also, ich würd sagen, in der nächsten Folge machen wir dann, ja, eins von den anderen beiden. Entweder Decanting oder Dudes. Und gucken uns danach an, was da noch als Alchemie-Golem am Ende übrig bleibt oder freigeschaltet wird. Ähm, ja, bis dahin viel Spaß mit den Golems, mit eurem kleinen Sortierer hier. Und wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Tschüss! Tschüss! Tschüss!